Was ist das, dass wir alle zusammen eine Arbeit haben und auch zusammenkommen, auch in der Freizeit, finde ich wichtig. Halt die Sprache lernen und sich den Leuten hier anpassen. Ja, indem wir zusammen alle miteinander leben und auch arbeiten und hier Austausch miteinander machen. Also sage ich mal so, hier alle Kommunikation, wirtschaftlicher Austausch, das ist Integration. Also ich denke, gelungene Integration ist, wenn man zum Beispiel, wenn man richtig Deutsch sprechen kann. Aber ich finde, man muss sich nicht richtig integrieren, indem man irgendwelche Sachen oder so haben muss. Dass die hier leben, auch die Schulen besuchen, versuchen die Sprache dementsprechend zu lernen, ihre Muttersprache beizubehalten und dann sich einfach auch den kulturellen, mit sich an diesen kulturellen Möglichkeiten hier auch beteiligen. Sich nicht immer, wie das doch so oft ist, sich innerhalb ihrer eigenen Gemeinden nur bewegen, sondern sich auch viel offener zeigen, als was die eigentlich sind. Deutsche Sprache auf jeden Fall zu beherrschen und sich die Leute nicht nach der Nationalität, beziehungsweise nach dem Glauben oder so abtrennen, sondern versuchen, untereinander zu leben. Also für mich ist das immer, es muss an den Wurzeln schon gelungen sein. Also das heißt, wenn sie hier ankommen, sollte man ihnen schon sozusagen beschreiben können oder zumindest sagen können, was sie hier so erreichen können. Ein gesundes Miteinander, dass die Leute, die sich integrieren wollen, nicht unbedingt durch Vorurteile, durch Leute, die sich nicht integrieren wollen, abgestempelt werden. Dass sie sich wie die anderen Leute hier verhalten und nicht den, zum Beispiel, wenn es in deren Ländern anders abläuft, dass sie das dann genau so machen, sondern sich hier anpassen und so sind wie die anderen. Ja, also ich würde sagen, ein angenehmes Miteinanderleben, dass halt alle Menschen so akzeptiert werden, wie sie sind und dass da halt keine Probleme untereinander oder miteinander entstehen. Auch unsere Kinder, ich habe ein Enkelkind, das selbst mit einem Muslim befreundet ist auch und da sehen wir, dass es machbar ist und man soll nicht zu viele Erwartungen stellen von beiden Seiten. Man muss sich dem anpassen, man muss die andere Kultur lernen und die müssen unsere Kultur lernen und das wird dann gegenseitig respektiert und dann, glaube ich, ist man auch absolut integrierbar. Sollte keine Probleme sein. Wir müssen miteinander leben und jeder muss miteinander aufeinander zugehen. Verändern sich ja immer im Laufe der Generationen. Die heutigen Werte sind das sicherlich die Toleranz, die die Deutschen mittlerweile aufbringen. Dann sicherlich immer noch der Fleiß, immer arbeiten zu wollen, um zu sehen, dass das vorangeht. Also die Werte der deutschen Gesellschaft kann ich nicht richtig selber beantworten. Also weiß ich nicht richtig. Dazu kann ich nicht viel sagen. Also gar nichts eigentlich. Das ist eine gute Frage. Nun, unsere Werte, was soll ich sagen? Wir haben so Richtlinien, sozusagen. Zum Beispiel, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und sowas. Darauf baut eigentlich vieles auf, sozusagen, dass man sich so die Freiheit ausbauen will. Aber so richtige Tugenden und Werte, das kommt eher so von der Erziehung. Das sieht ja sehr jeder anders meistens. Das hier, ja, dass jeder Arbeit hat und, ja, so, ja, mir weiß ich jetzt nicht so schwierig. Ja, schwere Sache. Ob es so noch richtige Werte gibt, sag ich mal, sozusagen. Wir werden ja eher mehr, multikulturell sind wir ja alle mittlerweile und müssen uns auch dementsprechend anpassen. Ob es richtige Werte noch gibt, kann ich eigentlich so nicht sagen. Also, wir werden ja auch immer noch ein paar Werte noch ein paar Werte noch ein paar Werte gibt.